Ab dem 24. Mai können Flüchtlinge aus der Ukraine in ganz Deutschland ihre Landeswährung in Euro umtauschen. Dies funktioniert jedoch nur in Sparkassen und Banken in Deutschland. Das Bundesfinanzministerium unterzeichnete gemeinsam mit der Deutschen Bundesbank eine Vereinbarung mit der ukrainischen Nationalbank. Das Umtauschvolumen soll erstmals 1,5 Milliarden Euro betragen. Bei dem Geldinstitut Cannabis kann demnächst jeder volljährige Flüchtling aus der Ukraine insgesamt 10.000 Euro umtauschen. Das Konto muss allerdings in Deutschland geführt werden. Den Wechselkurs kann man auf der Webseite www.bundesbank.de.wechselkurs-uah einsehen. Der Umtausch soll gebührenfrei sein und kann auch in mehreren Teilträgen durchgeführt werden. Den Service bieten Sparkassen, Volksbanken, Deutsche Bank, Commerzbank und Hypo-Vereinsbanken zunächst für drei Monate an. Der Verkauf der 9-Euro-Tickets hat heute bei der Deutschen Bahn und vielen anderen Verkehrsbetrieben begonnen. Bis heute Mittag alleine seien über die Kanäle der Bahn mehr als 200.000 Tickets verkauft worden sein, teilte ein Konferenzsprecher der Bahn mit. Die Seite der Deutschen Bahn war zwischenzeitlich immer wieder überlastet gewesen. Mal funktionierte sie und mal nicht. Hier sind noch die Wetteraussichten für morgen den Dienstag.